Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen. Ich weiß ja nicht, ob ihr da draußen überhaupt noch Lust habt, weiterzugehen in dem Thema Kennedy, denn so wie es ausschaut, sind wir jetzt schon eigentlich bei der Geschichte angelangt, wo ich vorher gedacht hätte, dass wir damit auskommen. Inzwischen denke ich aber, dass wir so knapp bei der Hälfte sind, weil die interessanten Sachen, die kommen ja alle noch. Und heute kommt natürlich wieder, wie kann es anderes sein, eine langweilige Sendung, wo es jetzt zu tun hat, zumindest langweilig in dem Sinne für die Leute, die halt vielleicht mit der Bibel nicht so viel zu tun haben oder halt überhaupt mit Religion nicht so viel zu tun haben. Denn heute muss ich leider nochmal einen Bogen spannen, der für mich ganz wichtig ist, damit wir nachher in den späteren Folgen überhaupt mal sehen, wer jetzt mit wem und wer gegen wen und so weiter damit zu tun hat. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis wir dann tatsächlich in dieses ganz schlimme Ereignis am 22. November reinkommen. Aber ich denke, die Umgehungen, die ganzen Dinge, die halt drumherum liegen, die sind ja auch schon sehr interessant. Und ich denke immer, dass es halt sehr, sehr frappant ist heutzutage, dass man einfach die meisten relevanten Informationen nicht bekommt. Stelle ich mir einfach zum Beispiel vor, dass die meisten Menschen wirklich glauben, man wäre gut informiert, wenn man beispielsweise Fernsehen und Radio und Zeitschriften guckt. Aber wie wir in dem vorliegenden Fall von John F. Kennedy sehen, ist das ja nun überhaupt nicht der Fall, weil nämlich genau die relevanten Informationen komplett ausgeblendet werden. Geht also beispielsweise irgendwie jemand hin morgen, macht sich einen Scherz nach dem Motto, wir hätten jetzt den 1. April oder so. Wobei, wenn ich morgens aufstehe, denke ich ja jeden Tag ist der 1. April und würde beispielsweise draußen behaupten, schau mal, ist jetzt gerade jetzt irgendein ganz komischer Artefakt aufgetreten. Das ist eine neue Geschichte, dass man da so ganz vorsichtig und aufpassen muss, dass jeder, der die Sonne als gelb oder als golden empfindet, wahrscheinlich eine Sehstörung hat. Und die kann man aber dann irgendwie beheben, indem man jetzt eine spezielle Brille kauft und dafür muss man jetzt also zum Optiker oder zum Augenarzt gehen, denn diese Krankheit ist also durchaus nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass so ungefähr, ich schätze mal so zwischen 70 und 75 Prozent der Menschen dann sofort den Gang zum Augenoptiker antreten, weil sie halt den Medien mehr glauben, als ihrem eigenen gesunden Menschenverstand. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von mir drin. Also während sich die meisten Menschen darin wähnen, gut informiert zu sein, weiß ich, dass ich eigentlich nichts weiß. Und damit meine ich mehr zu wissen als die meisten, die sich nie die Frage stellen, ob wir tatsächlich gut informiert werden oder einfach nur unterhalten. Und ich kenne einen, der da sicherlich die richtige Antwort drauf hat und zu dem richtigen Stamm sozusagen gehört, nämlich der Menschen, die erstmal nachfragen, bevor sie irgendetwas glauben zu wissen. Und das ist der Jörg, der sich aus Belgien jetzt dazuschaltet. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Mit was du gerade eben gesagt hast, fiel mir gerade ein Spruch ein, den ich nicht mehr ganz auf die Reihe gekriegt habe. Und ich dachte, ich habe früher mal so ein Textdokument gemacht, das habe ich Buffer genannt. Buffer, Buffer. So, wo man so alles so reinhaut, was einem so gerade einfällt, was man gerade irgendwo liest, sieht oder was auch immer. Habe ich schon lange, lange, lange nichts mehr zugefügt. Aber ich dachte, guck doch mal, ob das da nicht drinsteht. Und da steht genau der Spruch drin, der mir einfiel als Antwort auf deine Sache, wo du sagtest, mit die Leute, die Zeitungen lesen und solche Sachen. Ja? Mhm. Thomas Jefferson hat gesagt, ich lese es erst in Englisch und dann werden wir es übersetzen in Deutsch. Mit anderen Worten auf Deutsch, derjenige, der überhaupt nichts liest, ist besser ausgebildet als derjenige, der nichts außer Zeitungen liest. Und das kommt von Thomas Jefferson, einer der sogenannten Gründungsväter der USA. Das heißt, das ist eine Aussage aus dem 18. Jahrhundert. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dieses Verschwörungstheorie hat ja so eine negative Konnotation. Das hatten wir ja bereits drüber gesprochen am Anfang dieser Serie. Aber lasst uns doch jetzt mal das ganz objektiv betrachten. Wenn es keine Verschwörungen geben würde, dann würde das ja heißen, dass wir in einer mehr oder weniger perfekten Welt leben würden. Dass wir in einer Welt leben würden, in der es keine Lüge, keine Übervorteilung, keine Macht, Gier und sonstige Dinge gibt. Das Problem ist aber, gerade die drei Dinge, die ich aufgezählt habe, kann niemand aus der Welt weisen, weil sie sind da drin. Und sie sind da drin, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Wenn wir in einer ungefallenen Welt, in einer sündenfreien Welt leben würden, ja, dann gäbe es keine Verschwörungen, dann gäbe es auch keine Verschwörungstheorien. Weil Verschwörungstheorien gibt es ja nur, weil es Verschwörungen gibt. Man vermutet, dass irgendwo eine Verschwörung hinter ist und stellt eine Theorie auf, wie diese Verschwörung stattgefunden hat. Das ist eine Verschwörungstheorie. Aber an der Basis jeder Verschwörungstheorie liegt ja erstmal die Verschwörung. Das ist aber immer Negativverschwörung, weil es will immer heißen, dass mindestens zwei Personen sich gegenüber zum Nachteil einer dritten Person zusammenrotten, hocken. Und das gibt es nur in einer gefallenen Welt. Nun, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, niemand kann abstreiten, dass wir in einer Welt leben, wo Machtgier, wo Geldgier, wo Übervorteilung anderer, wo Lügen und Übervorteilung anderer an der Tagesordnung sind. Das liest man jeden Tag in der Zeitung, wenn man denn zu denen gehört, die Zeitung lesen oder Zeitschrift oder man hört es im Radio oder man sieht es im Fernsehen oder man liest es im Internet. Das können wir doch gar nicht rausholen aus dieser Welt. Und daher ist es doch eine ganz logische Schlussfolgerung, dass in dieser Welt natürlich auch Verschwörungen passieren. Das nochmal so zum allgemeinen Thema dahin. Ob jetzt John F. Kennedy in einer Verschwörung war oder nicht. Ich meine ganz ehrlich, Michael, da kannst du dir so viele Beweise anführen, wie du willst. Ich möchte das jedem Einzelnen überlassen, wenn er sich die Fakten anschaut, die du hier präsentierst und sich dann seine eigene Meinung darüber machen soll. Ich sage jetzt mit Absicht nicht bilden, weil bild dir deine Meinung an dem Spruch mache ich nicht mit. Aber bitteschön, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast heute zur Sendung, zur 22. Ja, die 22. Sendung ist letzten Endes eine Fortführung der letzten Folgen, bevor wir dann halt bis zu dem Attentatstag dann kommen. Denn drumherum gibt es so viel, was jetzt auch in den letzten 21 Folgen eigentlich jetzt sich da so rauskristallisiert hat. Sei es durch Kommentare, sei es durch Recherche, sei es durch logisches Denken, dass ich das einfach mit benutzen möchte, um halt von einer ganz anderen Seite überhaupt mal diese Politiker alles zu benutzen. Denn ich mache ja den John F. Kennedy nicht deswegen, weil ich jetzt ein Fan von irgendjemandem wäre. Also das bin ich überhaupt nicht. Ich laufe überhaupt nie keinem Menschen hinterher. Aber es ist so, dass es ein Paradebeispiel ist und dass man das jederzeit applizieren kann auf andere Politiker, egal welches Land und welche Zeit. Man sieht, das hat alles nur hinter den Kulissen mit Macht zu tun und mit Geld zu tun. Und das hat nichts mit Volksvertretung zu tun oder meistens nichts mit Volksvertretung zu tun. Ein Zitat, was ich gefunden habe von einem Joseph E. Utschinski, wer auch immer das ist, von der Universität von Miami. Ja, ich hätte den jetzt auch noch hier recherchieren können, aber irgendwann muss ja mal gut sein. Er sagt, viele Verschwörungstheoretiker benutzen die Kennedy-Anschlagsverschwörung als Beweis für andere unterdrückte Verschwörungen. Jetzt hat der Jörg eben da schon elaborat drüber gesprochen, über Verschwörungen. Drücken wir es ja auch mal ganz anders aus. Ein Verschwörungstheoretiker ist nichts anderes als ein Wahrheitssuchender. Das wäre jetzt die positive Konnotation des Wortes, wo man wirklich sieht, ich will die Wahrheit wissen. Ich glaube nicht an die Verschwörungstheorie der Regierung, ob es jetzt hier JFK ist oder irgendwelche anderen Dinge. Das sind alles Theorien. Auch dass der Herr Auswald, der jetzt derjenige wäre, das ist eine Theorie. Der hat da nichts zu aussagen können. Der Herr Auswald hat das abgestritten, hat gesagt, nee, 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 also ich bin es nicht gewesen. Und vermutlich oder höchstwahrscheinlich war der es auch nicht. Aber nochmal, Vorsicht vor Medien. Wir müssen lernen zu kombinieren. So ein bisschen wie Sherlock Holmes und so ein bisschen halt einfach wie halt irgendwie so Milchmädchenrechnung oder wie Tante Emma aus der Ecke, die halt einfach ihren gesunden Menschenverstand noch hatte. Die wusste genau, wenn man nur als Beispiel eine gewisse Krankheit hat, dann bleibt man eben zu Hause im Bett. Dafür braucht man keine Regierung. Da reichte die eigene Mutter oder der eigene gesunde Menschenverstand heutzutage. Ach gut, weiter geht's. Also, das ist also ein Paradebeispiel einer Verschwörung. Das heißt, die meisten Menschen glauben daran, dass es nicht so ist wie die Regierung. Das heißt, die Verschwörungstheorie ist auf Seite der Regierung. Die Wahrheitssuchenden sind die Theoretiker, die jetzt sagen, was mal auf, das könnte so oder so gewesen sein. Und wir werden jetzt hier mal weitergehen in der Geschichte von John F. Kennedy. Mit einer Seite, die wir da bis jetzt noch gar nicht beleuchtet haben. Alles hat seine Stunde. Und nicht, dass ich jetzt dann plötzlich auf die Idee gekommen wäre, Moment mal, wir nehmen jetzt mal wieder ein paar Bibelferse in die Hand. Nee, die Idee kam von ganz jemand anderem. Und zwar jemand, der jetzt auch dem John F. Kennedy sehr nahe gestanden hat. Nämlich seine Mutter. Ja, ob das jetzt so gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass diese Frau angeblich ein Buch geschrieben hat, beziehungsweise, dass über diese Frau ein Buch geschrieben wurde, was genauso heißt, alles hat seine Stunde. Könnte es da mit der Bibel zu tun haben, Jörg? Naja, alles hat mit der Bibel zu tun. Und die Frau hat ihren Titel wahrscheinlich irgendwie da rausgezogen. Alles hat seine bestimmte Stunde, sagt die Bibel. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreisen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Das Einzige, was mir dazu der Frau Kennedy oder, ja, heißt sie ja, ne, in diesem Fall einfällt, ist ganz einfach. Die meisten Menschen kommen niemals mit originalen Sprüchen. Viele Sprüche sind aus der Bibel abgeleitet. So Dinge, wo wir überhaupt nicht bei stillstehen. Ich werde dir jetzt mal die Leviten lesen. Wer hat den Spruch nicht als Kind so oft von seinen Eltern gehört? Hat sich gefragt, was meint er eigentlich damit? Ha, wenn man weiß, dass das dritte Buch Mose Leviticus heißt, dann nimmt das auf einmal eine ganz andere Form an. Das ist nur mal ein Beispiel. Es gibt hunderte solcher Sprüche. Und alles hat seine Stunde. Dass so eine Frau den Titel ihres Buches aus der Bibel entlehnt, das finde ich persönlich schon sehr merk- und denkwürdig. Aber da möchte ich gerne mal deine Gedanken zu hören, Michael. Ich brauche einfach jetzt nur im Skript weiterzumachen, weil ich mich ja jetzt schon im Vorfeld so ein bisschen mit der Frau Kennedy beschäftigt habe. Ja, ich kenne das ja nicht. Ja, ja, genau. Wir haben ja schon so über den Vater gesprochen mit seinen ganzen Verbindungen als Diplomat und mit dem Herrn Churchill und so weiter. Und ich denke, wir können den Anschlag oder die Meinung, die Haltung von John F. Kennedy besser verstehen, wenn wir auch mal die andere Seite, also die mütterliche Seite sehen. Die Frauen kommen ja hier sonst in der ganzen Geschichte dann ein bisschen zu schlecht weg. Wobei, naja, wartet mal ab. Also, es gibt ja gewisse Reaktionen von der Mutter auf die Meldung der Ermordung ihres Sohnes. Das müsste ja so ziemlich das schlimmste Ereignis sein, was einer Mutter widerfahren kann, beziehungsweise umgekehrt das schlimmste Ereignis, was die meisten Mütter haben, wenn man die mal fragt, ist meistens die Geburt eines Kindes. Also, da kann der Mann nicht mithalten. Da hat mit der Hochzeit dann nichts zu tun. Das ist also, die Geburt eines Kindes ist für eine Frau das tollste Ereignis auf der Welt. Und demzufolge muss ja logischerweise der Gegenpol den Tod eines Kindes, den man als Elternteil mitbekommt, ja so ziemlich das Schlimmste und Schrecklichste sein. Denn ansonsten wäre das andere ja nicht das Beste und Tollste. Wie eben die Frau Kennedy auf den Anschlag auf ihren Sohn, der natürlich geendet ist, dann reagiert hat. Sie sagt, verschiedene Videos und auch Aussagen von ihr sagen, dass sie also dann einfach rumgegangen ist und hat Dinge sortiert. Und sie konnte dann eben auch gar nicht ihrem Mann etwas sagen, weil ihr Mann ja schon zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Jahre einen Schlaganfall hatte und gar nicht so richtig Aufnahme- und konversationsfähig war. Und das erste, was sie gemacht hat, ist, den Rosenkranz zu beten. Und nochmal, die Familie Kennedy ist erzkatholisch. Und in der katholischen Liturgie wird der Rosenkranz eine große Bedeutung beigemessen. Da gibt es also dann im Gebetsbuch und so weiter Rosenkranz. Das ist also ein Gebet, was sich an die heilige Jungfrau Maria widmet. Und eben nicht an Jesus Christus, sondern Maria wieder als die Vermittlerin oder die Königin des Himmels, Queen of Heaven, wie auch immer. Also das ist das, was ausgesagt wird in diesem Video, wie eben Rose Kennedy reagiert hat, dass sie also den Rosenkranz, Rosary heißt das hier, gebetet hat. Geht weiter. Ja. Das ist das berühmte Foto, wo er dann grinst, wo er dann nicht auf die Bibel schwört, in dem Air Force One Flugzeug und dann zwei Stunden und ungefähr zehn Minuten nach dem Anschlag schon neuer Präsident der Vereinigten Staaten ist, ohne gewählt worden zu sein. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Kennedy ermordet wurde. 30 Minuten später wiederum, also ungefähr zwei Stunden, 40 Minuten nach dem Anschlag, hat dann der Lyndon B. Johnson eben dann die Mutter von John F. Kennedy angerufen, logischerweise dann wohl vom Wort des Präsidentenmaschine, und hat dann mit ihr gesprochen. Und sie hat dann gesagt, Mr. President. Also sie hat ihn gar nicht als Lyndon B. Johnson angesprochen wohl, sondern als Mr. President. Ja, also als er dann ans Telefon kam und so weiter, hat eben dann die Frau Rose dann eben gesagt, das ist eben dann jetzt die trauernde Witwe. Aber sie hat also Mr. President zu ihm gesagt und nicht jetzt eben Lyndon B. Johnson. Sehr interessant. Aber wir gehen jetzt noch viel tiefer rein in die Geschichte von dieser Rose Kennedy. Das ist nämlich dann, glaube ich, doch ein bisschen interessanter. Es gibt einen Charles Drago, der sagt, jeder, der wirklich ernsthaft interessiert ist an diesem Fall und der eben nicht zu der Schussfolgerung kommt, dass also JFK ermordet worden ist als Resultat einer Verschwörung, der erkennt sich entweder überhaupt nicht aus mit den Beweisen oder der hat einfach eine kognitive Störung. Das ist ja wirklich so. Man kann also wirklich nicht mit einem gesunden Menschenverstand da rangehen und das dann alles erklären, dass dann plötzlich der Attentäter so viel Glück hatte, dass also dann so viele Sachen, Umstände dann kamen, dass er dann ausgerechnet dann da ein freies Schussfeld hatte und das alles dann wunderbar funktioniert hat. Das hätte ja alles schief laufen können, hätte eine Ladehemmung haben können, alles. Ich verspreche, solange ich gesund bleibe und solange man mich nicht torpediert oder aus welchem Grund auch immer, dass ich wirklich in den Anschlag explizit reingehe. Aber da brauchen wir noch schätzungsweise drei Folgen für, schätze ich jetzt. Schätze ich, ich darf ja nicht schätzen, weil das geht ja immer nach hinten los, aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber jetzt gucken wir uns mal die Geschichte an, aus ihrer Mutterseite. Und nochmal, die Sendung heißt Bibel und Verschwörungen. Also ihr könnt euch jetzt davon ausgehen, dass es jetzt eben nicht kommt, welche Lieblingsspeise der John Kennedy hatte, sondern ganz andere Dinge. In diesem Interview von der Mutter im Jahre 1974, neun Jahre nach dem Attentat, da sagt sie in diesem Video, Zu deutsch, ich wurde als streng katholisch erzogen und ich glaube, das hat mir geholfen. Strikte Disziplin, ja, dann spricht sie davon, dass sie also unglaublich gerne den Rosenkranz gebetet hat. Und wo sie bei 14 Minuten gefragt wurde, was denn so ihr tollstes Leben in seinem Leben ist, da sagt sie jetzt plötzlich nicht, nein, nein, also das, wo John Kennedy geboren worden ist oder mein ältester Sohn, aber ich sage sie, nee. Nee, also der schönste Augenblick einer Mutter ist, dass, wenn sie Mutter des Präsidenten ist. Also wenn das nicht Karrieredenken ist, dass es dann auf den Status von jemandem ankommt und gar nicht auf den Sohn. Ich stelle mir einfach mal vor, sie hätte vielleicht ein gehandicaptes Kind gehabt, was sie ja gehabt hat nach der Lobotomie, der Schwester von John F. Kennedy, hätte sie auch sagen können, also meine größte Liebe gilt meiner behinderten Tochter, ich würde alles für sie tun, um ihr ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Nö, das, was sie interessiert, ist eben die Mutter des Präsidenten zu sein. Das ist ja auch schon mal eine Aussage, ne? Also ich verurteile ja niemanden, es geht ja nicht darum, es geht ja nur darum zu schauen, das ist eine Familie, die mit Macht zu tun hat. Sie kommt aus einer Familie eines Bürgermeisters und hat dann auch wieder reich geheiratet und es geht in dieser Verbindung zwischen Fitzgerald und Kennedy, geht es einfach nur um Macht, Macht und noch mehr Macht. So, das ist jetzt ein Aussuch aus diesem Video. Und jetzt gehen wir mal in den Eintrag rein von Wikipedia. Rose Kennedy, geboren 1890, das heißt sie war bei dem Anschlag schon 73 Jahre alt, in Massachusetts, war ein Mitglied der amerikanischen Kennedy-Dynastie. Die Frau ist, guckt mal hier, 104 Jahre alt geworden. Sie war die Mutter des 35 Präsidenten der Vereinigten Staaten John F. Kennedy, des ehemaligen Justizministers Robert F. Kennedy und des US-Senators Edward Kennedy. Rose Kennedy war eine strenge Katholikin, die nach eigenen Angaben von drei religiösen Übungen besonders inspiriert wurde. Erstens, dem Rosenkranz, unchristlich. Zweitens, die Meditation von Cardinal Newman, völlig unchristlich, Meditation sowieso. Und der John Henry Cardinal Newman ist ein Kardinal der römisch-katholischen Kirche, zu der er dann 1845 konvertierte, also im Alter von 1944. Vorher war der Pfarrer der Kirche von England, also vom Protestantismus, zum katholischen Glauben konvertiert. Das heißt nichts anderes, als wenn ich dann sehe, dass die Mutter von JFK die Meditation von Cardinal Newman als eines der herausragendsten Dinge und Riten ihres Lebens ansieht, dann ist sie, diejenige, nicht nur streng römisch-katholisch, sondern dann bewundert sie doch den Cardinal Newman, der ein Konvertit ist. Und jetzt ging mir eine Lampe auf, als ich das da reinkopiert habe, Gerd, Moment mal, kann es dann so sein, dass laut der Meinung von der Mutter von John F. Kennedy vielleicht das so ist, dass ihre Familie dafür da war, um Protestanten zum katholischen Glauben zu konvertieren? Und dann würde natürlich ein Präsident Sinn machen, namens John F. Kennedy, der natürlich dann erzählt von wegen, ja, er wäre gar nicht der katholische Kandidat, er wäre mal auch so katholisch, um erstmal die Protestanten zu beruhigen und eventuell dann eben, wenn man so will, durch die Brust, also einfach die Menschen zu konvertieren. Das ist das Einzige, was von John Henry, Cardinal Newman, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man über ihn wissen müsste, dass er eben konvertiert ist. Er ist also jetzt nicht einfach da reingeboren worden und konnte nichts für, sondern er hat sich das ausgesucht. Und das ist eine Geschichte, wo ich denke, das könnte ja echt ein interessanter Hinweis sein, dass der Kennedy aufgrund seines Charismas dann nicht nur der erste katholische Präsident war, sondern eigentlich auch in seiner Funktion Protestanten zur römisch-katholischen Kirche bringen sollte. Denn nicht umsonst hat er seine eigene Mutter, den Cardinal Newman, irgendwo toll gefunden. Ja, da steht es ja so drin, die Meditation von Cardinal Newman. Ist ja so mal so ein, ich kann es ja nicht beweisen, aber ist ja so mal so ein Hinweis. Also die ganze Welt soll katholisch werden. Katholisch heißt er schließlich universell. Dieser John Henry Cardinal Newman gehörte angeblich laut Wikipedia zu den Wegbereitern eines vor dem Wissenshorizont der Moderne verantworteten Katholizismus. Also der Wissenshorizont der Moderne, das kann alles sein. Und ich will also da nicht jetzt die Haare spalten, aber den Wissenshorizont, den legt die Kirche fest. Das habe ich in meiner englischen Serie, ist Wissenschaft, die neue Religion, massig beweisen können, dass eben die ganzen Wissenschaftler im Hintergrund von der Kirche gesponsert, protegiert oder zumindest ausgebildet worden sind. Also von wegen dem Wissenshorizont. Und Wissenschaft selber ist eine Doktrin und hat eben nichts mit Freiheit oder mit Prozentantismus oder mit freier Forschung zu tun. Dann geht es weiter. Und die dritte Geschichte von den drei religiösen Übungen der Dame ist der Kreuzweg. Das kommt aus Seite 446, alles hat seine Stunde von Rose Fitzgerald Kennedy. Sie selber ist eine Politikerfrau, habe ich ja schon mal benannt, und sie verbrachte einen Teil ihres Lebens oder ihrer Kindheit in Europa, unter anderem drei Jahre als Internatschülerin des Nonnenklosters der Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu Srake Quir im Niederrheinischen Pfalz. Guck mal. Und dann hat sie geheiratet im Alter von ungefähr 24 Jahren. Und dann natürlich den Herrn Kennedy, mit dem sie neun Kinder hatte. Das erste Kind ist im Zweiten Weltkrieg an einer Geheimoperation, Geheimoperation, Secret Operation, Secret Service, wie auch immer, gefallen oder umgekommen. Das zweite Kind ist als Präsident der Vereinigten Staaten mit Hilfe und soweit nicht mehr aus dem Fenster des Secret Service ermordet worden. Das dritte Kind ist nach einer fragwürdigen Operation, um das mal ganz kennenzulernen zu sagen, an einer Nervenhandanstalt sozusagen selig getötet worden. Das nächste Kind ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, zu deutsch getötet worden. Und der Robert Francis Kennedy ist dann am 6. Juni 1968 in Los Angeles erschossen worden. So viel mal eben zu dieser ganzen Tragödie der Familie Kennedy oder Rose Kennedy. Und die war letzten Endes eine extrem strenge Katholikin, um das halt alles irgendwo auszuhalten, dass irgendwie ihre Kinder reihenweise bei komischen Unfällen zum Leben kommen. Wir haben ja alleine zwei Flugzeugabstürze oder zwei Flugzeugunglücke dabei. Muss man sich erstmal alles mal vorstellen, was das hier alles ist von diesen ganzen Kindern, von neun Kindern, eins, zwei, drei, vier alleine durch einen nicht natürlichen Tod ums Leben gekommen. Gut, sie sagt also, nach eigenen Angaben, drei die größte Übungen, Rosenkranz, Meditation und Kreuzweg, hat natürlich alles nichts irgendwo mit dem christlichen Glauben zu tun. Da geht es um den Glauben an Jesus Christus und nicht an irgendwelche Meditationen und von irgendwelchen Kardinälen und schon gar nicht an den Rosenkranz. Und Kreuzweg ist dann auch so eine Geschichte, das hat dann auch eher damit zu tun, dass man etwas materiell nachvollzieht, dass man den Kreuzweg dann nachvollzieht. Aber das hat eben nichts mit dem normalen Menschen zu tun. Bei den normalen Menschen zu tun hat es eben dann mit dem Glauben an Jesus Christus gemäß Johannes 14, 6. Ich bin erwägt, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also es geht einfach darum, Jesus zu folgen und eben nicht der katholischen Kirche oder dem Rosenkranz der Meditation oder einem Kreuzweg. Der Kreuzweg ist eben nicht der Weg zur Erlösung. Geht weiter. 1950 wurde die Dame von Papst Pius XII, genau dem, Eugenio Porcelli, unser damals päpstlicher Nunzio, später Staatssekretär, der mit Deutschland den Konkordatsvertrag 1933 unterschrieben hat, eben genau von dem späteren Papst Pius II, der kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges dann termingerecht Papst geworden ist, zur sogenannten päpstlichen Gräfin ernannt worden. Und eine Auszeichnung mit einem päpstlichen Orden war damals für Frauen noch nicht gestattet. Also sie muss extrem katholisch gewesen sein, um diese Auszeichnung zu bekommen. Und nochmal, 1950 ist die Zeit, wo ihr Sohn John F. Kennedy bereits im Parlament saß. Also, wir wissen jetzt, dass von seiner Vaters Seite streng katholisch ist, die waren ja alle versammelt, 1938, schon zum Vatikan dann halt da gefahren, und dass auch von der Mutterseite nichts anderes zu erwarten ist, als absolut strenge Katholikin, die halt das Erste, was sie macht, oder mit die ersten Dinge, die sie macht, nachdem ihr Sohn ermordet wird, den Rosenkranz zu beten. Wenn das stimmt. Aber wie gesagt, man kann uns ja alles erzählen. Aber allein schon mal die Auflistung der Geschichten, die sie jetzt hier auch in diesem Buch zum Westen gibt und die halt auch in anderen Quellen herauskommen, spricht schon viel dafür, dass sie letzten Endes da jetzt mehr als strenggläubig war. Sondern wenn sie so eine Auszeichnung bekommt, dann ist sie nicht nur strenggläubig, sondern auch strengpapstgläubig. Ich müsste dich hier mal kurz unterbrechen, Michael. Ja. Darf ich? Ja, jederzeit. Kardinal Henry Newman. Da haben wir ausführlich über diese Person gesprochen im Laufe der Lesung von James Atkin-Wileys Doppelgesicht des Papsttums. Die Wikipedia-Seite hier ist interessant, aber der Henry Newman, der hat noch ganz andere Sachen gebracht. Nun habe ich das hier jetzt nicht in Übersetzung, weil ich habe es gerade eben rausgesucht. In seinem Buch, die Entwicklung der christlichen Religion, hat Kardinal Newman zuge... Schon Zeit. Ja, Entschuldigung. Zugegeben, in seinem Buch hat Kardinal Newman zugegeben, dass Tempel, Inzenz, also das ist so Weihrauchbrennen und sowas, Öllampen und Opferungen, heiliges Wasser, Holy Days, also Heiligentage oder Feiertage, and Seasons of Devotion, also Zeiten, bestimmte Zuneigung zu geben, also wie zum Beispiel jetzt die Fastenzeit und sowas, also Seasons of Devotion, man kann das ja irgendwann mal übersetzen, Prozessionen und das Segnen von Feldern, also vom Acker und so weiter, Sacerdotal Westments, heilige Kleidung, die Tonsur, ja, das ist also, wenn man seinen Schädel oben blank macht und nur so ein Kranz vom Haar überlässt, haben wir auch drüber gesprochen, auch bei Alexander Hislaps Buch, und zwar die Tonsur von Priestern und Mönchen, von Mönchen und Nonnen, alles, das eben vorgenannte, ist aus heidnischer Kultur, von heidnischem Ursprung, das hat dieser Newman geschrieben, der, wie du richtig gesagt hast, zum Katholizismus konvertierte, der vorher Anglikaner und Protestant war. Ja, also quasi eine Gegenreformation, ne? Ja, eine ganz, ganz wichtige Person, der John Henry Newman, der ist dann im Nachlauf des Oxford Movements 1833, hat er dann ganz stark in England gewirkt, zusammen mit Cardinal Wiseman auch. Ich wollte nur mal eben das anführen und ich gebe dir den Link nachher und dann kannst du das bitte in die Videobeschreibung mit einarbeiten oder soll ich dir den Link jetzt eben geben? Nein, nein, das reicht später. Ich muss das später mit Untertiteln. Im Bild sogar eben zeigen, ja, mach das dann mal. Dann werde ich dir das später geben. Und ich dachte, das möchte ich auch noch mal gerne dazu sagen. Also der Henry Newman ist schon ein starker Einfluss gewesen und der hat eben die Frau Kennedy stark beeinflusst. Das sollte den Leuten dann auch mal zu denken geben. Das wollte ich dazu nur gesagt haben, Michael. Ja, und deswegen finde ich ja eben genau die Sache mit dem Kennedy so interessant, dass er als Katholik sozusagen dann, als gemäßigter Katholik da aufgetreten ist in seinen ganzen Wahlkampfveranstaltungen. Und deswegen haben die Leute ihn dann vermutlich dann auch gewählt, weil er eben nicht so ultramontan erschien. Aber im Hintergrund der Familie Kennedy läuft das ganz erzkonservativ und ultramontan ab. Ansonsten ist sie ja nicht als plebsische Gräfin da jetzt hier ausgezeichnet, gell? Ja, so sieht es erstmal aus. So, 104 Jahre alt ist die Dame geworden. Und es geht mal weiter. Ich halte ja nicht von vieles von vielen Seiten, die halt letzten Endes immer um den heißen Brei herumreden. Und Illuminati kommt letzten Endes auch aus einer ganz anderen Ecke, die aus dem Mittelalter kommt. Und eigentlich noch viel älter ist. Aber es hat mich dann teilweise bringen mich dann auch die irgendwelche Webseiten dann auf ganz andere Fahrt. Und einen davon möchte ich euch jetzt gleich zeigen. Und dieser Webseite wird eben gesagt, dass Kennedy eine der einflussreichen Familien sind. Ich meine, klar, eine uneinflussreiche Familie wird keinen amerikanischen Präsidenten stellen. Und auch das Wappen der Fitzpatrick mit den Fleur de Leaves und so weiter ist auch interessant. Würde dann auch dazu sagen, dass es auch irgendwie etwas mit Rittern zu tun hat und demzufolge dann eben keinen friedlichen Hintergrund hat. Und der originale Titel der Familie wird von vielen Menschen in Richtung Kaynedi dann halt hier gelegt und so geschrieben. Und diese Familie selber kann man jetzt hier auch sehen als ein Bild von diesem Brei Kaynedi. War jetzt eben nicht ein Unvermögende, sondern halt doch in irgendeiner Art und Weise jetzt hier eine Herrschaftsfamilie. Und wenn man sich dann später anschaut, was aus den irischen Einwanderern in den Vereinigten Staaten geworden ist, dann sieht man dann, da hat man eine ganze Menge von ganzen Persönlichkeiten dabei. Unter anderem zum Beispiel auch eine Maria Schreiber, die First Lady des kalifornischen Gouverneurs oder Terminators Arnold Schwarzenegger. Also wir sehen, hier sind, haben wir nur Celebrities hier drin. Das sind also wirklich, man heiratet dann auch nur reich und auch hochmächtig. Also es ist jetzt nicht so, als wenn jetzt hier irgendwie, jetzt irgendjemand dabei ist, der irgendwie ganz normalen Job hätte. Also von daher ist ganz klar, das läuft dann immer so weiter und Geld ist dann halt auch irgendwie, vermehrt sich dann auch wieder mit Geld. Geld geht zu Geld. Und deswegen finde ich das interessant, dass also auch immer so auf diesem ganzen Sexualtrieb da rumgeritten wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat auch den Hintergrund, dass wenn man viele Kinder hat, man auch seinen Einflussbereich dann auch dann vergrößert, weil wenn die dann halt verschiedene Pöstchen haben, wie beispielsweise in der Familie Kennedy, der eine ist Senator, der andere Präsident, der nächste Staatsanwalt und eventuell kommender Präsident und so weiter und so fort, dass man dann auch wirklich sagen kann, guck mal hier, wir werden immer mächtiger, je mehr Kinder wir haben. Also aufgrund dessen kann es sein, dass es nicht noch mit der Potenz zu tun hat, sondern auch einfach mit dem Streben nach weiterer Macht. Denn wenn man keine Kinder hat, dann stirbt die Macht der Familie sozusagen mit einem selber. Aber wenn man halt viele Kinder hat, dann wird diese Macht dann auch weitergegeben. Das heißt, es muss jetzt nicht nur irgendwie über Sex laufen, sondern auch letzten Endes, dass man sagt, guck mal hier, wir haben ganz viele Kinder und so weiter und wir werden als Dynastie, als Familie immer einflussreicher. Das ist mir auch mal so eingefallen. Das muss also nicht nur irgendwie mit dem Sex-Trieb zu tun haben, sondern halt auch mit der Geschichte, dass man versucht halt einfach mehr Macht zu bekommen. So, diese Quelle jetzt hier kommt von Robert Anton Wilson, zum Beispiel mit diesem Kai Nnedi und so weiter und sofort Vorsicht von solchen Menschen, die sind überhaupt keine Christen, wie diese Seite auch richtig sagt und eher Fans der Gegenseite. Und ich kann ja nicht dafür, dass dieser Mensch überall auftaucht. So, es wird gesagt, Rumor has is, ja, dass also viele Menschen halt einfach den John F. Kennedy diskreditieren möchten und logischerweise kann man auch jedem normalen, gesunden Mann hübsche Frauen dahin stellen und irgendeine Viertel natürlich dann auch toll finden. Und vor allem, wenn diese Leute dann auch noch leicht bekleidet sind. Das haben wir an jedem Zeitschriftenstand heutzutage. Naja, aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt. Und hier steht auch viel Quatsch drin über Anton Sandler B. und all so eine Schauspieler. Und mir ist es auch völlig egal, was jetzt da hier irgendjemand in seinem Privatleben treibt. Das hat ja erstmal seiner Funktion als Präsident erstmal jetzt nur rudimentär zu tun. So, warte mal eben, ich habe es jetzt gleich. Ich habe hier einen Artikel gefunden von Catholic Charter.org, Culture, Rivalry und so weiter, die fortführenden Kosten von John Kennedys Kompromiss. Und das war mir so wichtig, dass ich das gefunden habe, dass ich gesagt habe, das ist mir viel, 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 viel zu schwer und viel, viel, viel zu lang. Ist auch noch ausgerechnet von der Ignatius Presse. Also man kann da schon dran riechen, dass es von Jesuiten kommt. Aber es ist mir viel zu viel interessant, als ich den jetzt in Englisch vorlese. Deswegen habe ich den jetzt hier in Deutsch. Und ich finde den so interessant, dass ich den gerne lesen würde. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich schätze mal so 10 Minuten dauert. Aber das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil das geht sich jetzt hier nicht um Kennedy, aber auch. Der prominenteste amerikanische katholische Politiker, der sich mit diesen Fragen befasste, war Präsident JFK, dessen wegweisende Ansprache von 1960, die wir ja schon in Folge 11 beleuchtet haben, an die Greater Houston Ministry Association eine Generation aufstrebender katholischer Politiker nachhaltig beeinflusste. Seine Rede und eine spätere Ansprache des katholischen Gouverneurs von New York, Mario Cuomo, in der Kennedys Argumente auf die Abtreibungsdebatte angewandt wurden, erklären weitgehend den Trend zur Abschottung von Glauben und Politik, der heute unter katholischen Politikern vorherrscht und geben Hinweise darauf, wie es dazu kam. Es ist holprig übersetzt, aber besser als erst mal gar nichts. Die Wirkung von Kennedys Rede kann nur im Lichte der Situation der amerikanischen Katholiken zu seiner Zeit und früher vollständig verstanden werden. Eingebettet in das sogenannte katholische Ghetto, eine vorvatikanische Welt mit Mike Krönig und frohen Leichnamsprozessionen und Freitags Fisch essen, waren die Katholiken weitgehend von einer größeren protestantischen Kultur isoliert, die ihrem Glauben gegenüber zutiefst misstrauisch war. Katholiken waren immer schon anders als die protestantische Mehrheit Amerikas. Sie hatten ihre eigenen Schulen und Krankenhäuser, ihre eigenen Feiertage und Helden sogar ihr eigenes religiöses Lexikon. In einer Nation, die von der protestantischen Ablehnung von Autorität und Tradition geprägt war, wandten sich die Katholiken in den intimsten und wichtigsten Fragen des Lebens an ihre Priester, Bischöfe und den Papst. Naja, logisch, das ist ja auch die Autorität Nummer eins. Also hätte man jetzt die Katholiken gefragt, wer die Autorität Nummer eins ist, 1963 hätten die wahrscheinlich nicht den John F. Kennedy benannt, sondern den Papst. Während des Wahlkampfes, wir reden von Kennedy, erwachte der jahrzehntelang schlummernde Antikatholizismus mit aller Macht wieder zum Vorschein. Säkularisten warnten vor fundamentalen Werteunterschieden zwischen Katholiken und anderen Amerikanern und schlugen vor, dass die Wahl eines katholischen Präsidenten der Theokratie, also der Kirchenherrschaft sozusagen, Tür und Tor öffnen würde. Wie Mark Massa in seinem Buch Catholics and American Culture feststellte, hegten protestantische Fundamentalisten ähnliche Befürchtungen und starten in eine Direkt-Mail- Kampagne, um vor der Wahl mehr als 300 verschiedene antikatholische Traktate an etwa 20 Millionen Haushalte zu schicken. Kennedys Kandidatur wurde von der Southern Baptist Convention mit 9 Millionen Mitgliedern einer Vielzahl anderer protestantischer Kirchen und Vereinigungen angeprangert. Der National Association of Evangelicals, angeschlossene geistliche und andere protestantische Gruppen startete am 30. Oktober 1960 eine landesweite Kampagne mit Anti-Kennedy-Predigten, die mit dem Reformationssonntag zusammenfielen. Stand up and be counted, mit der Zahl 1517 eine Mahnung in die Fußstapfen Martin Luthers zu treten. Damit kann natürlich dann nur die sogenannten 95 Thesen gemeint sein über die Anprangerung des Ablasses des Papstes von Martin Luther in der Kirche dann angeblich oder an der Kirche angeschlagen zu Wittenberg. Kennedy wusste, dass er keine Chance hatte in die Präsidentschaft aufzusteigen, wenn er die religiöse Frage nicht direkt ansprach. Militante Anti-Katholiken, damit sind anscheinend dann wohl eher die Protestanten gemeint, ließen sich nicht überzeugen, aber er hoffte auf ihre Angriffe in einer Weise zu antworten, die eben andere Amerikaner beruhigte. Sein erst verbreiteter Versuch dazu kam im März 1959, als die Zeitung Look ein Interview veröffentlichte, in dem er dieses Zitat gab. Zitat. Welche Religion auch immer man im Privatleben hat, für den Amtsinhaber hat nichts Vorrang vor seinem Eid, die Verfassung und alle ihre Teile aufrechtzuerhalten, einschließlich des ersten Verfassungszusatzes und der strikten Trennung von Kirche und Staat. Zitat Ende. Und das ist ja auch genau das, was er 1960 dann eben in seiner Wahlkampfrede dann auch betont hat. Die Trennung von Kirche und Staat und dass er eben seine Eid auf die Verfassung geschworen hat und eben der Papst eben nur für religiöse Dinge zu tun hätte, aber eben nicht für die Politik der Vereinigten Staaten. Kennedy betonte dann seinen Widerstand gegen staatliche Hilfen für Fahrschulen und gegen die Ernennung eines Botschafters vom Vatikan. Positionen, die er seit seinen frühen Tagen im Kongress, als er solche Maßnahmen unterstützt hatte, umgekehrt hatte. Also da hat er sein eigenes Ding gemacht. Im Endeffekt sehe ich das so, dass er sich in seiner Politik immer weiter von seiner Tradition gelöst hat. Und wenn wir jetzt wissen, dass seine Eltern ja so streng katholisch und auch streng montanen papsthörig oder papstgläubig gewesen sind, dann sehe ich jetzt hier schon die Tendenz dazu, dass der Herr Kennedy, jetzt wo es sich um die Präsidentschaft geht, und ich schätze mal, das könnte zumindest gut sein, das ist eine Hypothese, dass jetzt der Herr Kennedy, wo es sich jetzt um das höchste Amt, das die Amerikaner zu vergeben haben, von seinen Eltern absondert und emanzipiert und jetzt richtig erwachsen wird. Dass er halt sagt, Moment mal, wenn ich aber für das Amt kandidiere, dann schwöre ich den Eid auf die Verfassung und nicht auf die Bibel. Haha. Bzw. ich schwöre ihn nicht auf den Papst. Ich schwöre ihn auf die Verfassung der amerikanischen Unabhängigkeit des amerikanischen, ja, wie nennt sich das, Jörg? Der Republik oder halt der Verfassung, ja. Constitution, ne? Ja, Constitution, genau. Kennedys Kommentare lösten eine Gegenreaktion in der katholischen Presse aus. Von Amerika bis Commonwealth und gegenüber Diözesanblättern kritisierten Redakteure seine Ansichten zur Kirche und Staat und seine Behauptung, dass die kirchliche Schulhilfe verfassungswidrig sei, was der Lyndon B. Johnson ja nachher dann komplett aufgehoben hat. Die protestantische Reaktion ging derweil durch die ganze Bandbreite. Einige waren durch Kennedys Aussagen beruhigt. Andere, einschließlich einiger Hauptprotestanten, die ihn ursprünglich verteidigt hatten, waren alarmiert. Der Bischof der Episkopalkirche James Pike sagte, Zitat, weit davon entfernt die Bedrohung durch kirchliche Tyrannei darzustellen, scheint Kennedys Aussage eher den Standpunkt eines durch und durch Säkularisten zu repräsentieren, der wirklich glaubt, dass die Religion eines Mannes und seine Entscheidungsfindung in zwei wasserdichten Fächern aufbewahrt werden können. Der Presbyterianer Robert McAfee Brown vermutete, dass Kennedy ein ziemlich unregelmäßiger Christ war und so weiter und so weiter. Und der Lutheraner Martin Martin meinte, Kennedy sei nicht der katholische Kandidat. Das ist ja genau das, was Kennedy gesagt hat. Kritiker der Ansichten, die Kennedy in Look geäußert hatte, fanden bald neuen Anlass zur Sorge. Am 12.09.1960 hielt Kennedy in Houston eine Fernsehansprache zum Thema Trennung von Kirche und Staat. Für ein Publikum von mehreren hundert protestantischen Geistlichen plädierte Kennedy für seine Präsidentschaft, indem er den Einfluss seines katholischen Glaubens auf seine politischen Entscheidungen ablehnte. Er begann damit, eine strenge separatistische Lesart des ersten Verfassungssatzes zu artikulieren. Zitat. Ich glaube an eine Amerika, in der die Trennung von Kirche und Staat absolut ist, wo kein katholischer Prilat dem Präsidenten sagen würde, wie er sich verhalten soll und kein protestantischer geistlicher Sein gemeinden Mitgliedern sagen würde, wen sie wählen sollen, wo keine Kirche oder der kirchlichen Schule öffentliche Gelder oder politische Präferenzen gewährt werden, wo niemand ein öffentliches Amt verweigert wird, nur weil seine Religion von dem des Präsidenten abweicht und so weiter und so weiter. Er sagt, dass das Amt des Präsidenten unabhängig seiner Religion sein muss oder überhaupt ein Staatsamt unabhängig von seiner Religion sein muss. Er sagt ganz explizit hier, dass die religiösen Ansichten eines Präsidenten seiner eigenen Privatangelegenheiten ist. Er sagt ja auch, dass er eben nicht der katholische Präsident wäre, wenn wir uns daran erinnern, sondern der demokratische Präsident, der zufälligerweise Katholik ist. Hätte er jetzt genauso gut auch jüdisch oder moslem oder was auch immer sein können. Kennedy sagte, dass er sein Amt niederlegen würde, wenn seinen Gewissen in Widerspruch zu den nationalen Interessen stünde, fügte aber hinzu, dass er keinen Konflikt auch nur im Entferntesten für möglich einräume. Obwohl diese letzten Erklärungen darauf abzielten, religiöse Kritiker zu beruhigen, bestätigte Kennedys vorgeschlagene Lösung für die konkurrierenden Forderungen von Glauben und Politik, dass er sein Amt niederlegen würde, falls die beiden jemals kollidieren, nur, dass dieser Glaube von seiner Regierung unter Quarantäne gestellt würde. Kennedys Rede beruhigte viele nicht-katholische Kritiker. Protestantische und jüdische Mainline-Wähler erwerbten sich für seine Kandidatur. Säkulare Skeptiker applaudierten seinen strikten separatistischen Ansichten. Und obwohl viele evangelikale und fundamentalistische Protestanten misstrauisch blieben, hatte Kennedy die Macht ihrer antikatholischen Appelle entschieden. Der Kennedy-Redenschreiber, das ist ja das, was ich immer gesagt habe, der hat ja seine Rede nicht selber geschrieben, der Kennedy-Redenschreiber Ted Sorensen seinerseits sagte später, er habe die Rede in Houston mit dem jesuitischen Theologen John Courtney Murray, einem führenden amerikanischen katholischen intellektuellen Hauptarchitekten der wegweisenden Bekräftung der Religionsfreiheit des Zweiten Vatikanischen Konzils überprüft. Na, ist das mal ein interessanter Hinweis hier? Erstens, Kennedy hat seine Rede nicht selber geschrieben. Ich sage ja nochmal, Kennedy ist ein Sunnyboy oder meinetwegen auch ein Fotomodell, wie auch immer man ihn sehen will, der letzten Endes aus einem eindrucksreichen Weg rauskommt und den Weg des wirklich ersten gewählten katholischen Präsidenten beschreiten sollte. Zweitens, dieser Mensch hat seine Rede nicht selber geschrieben. Drittens, guck mal hier, da gibt es einen jesuitischen Theologen namens John Courtney Murray, der eben da auch die Geschichten anhand des Zweiten Vatikanischen Konzils überprüft hat. Jetzt müsste man wissen, dass das Zweite Vatikanische Konzil noch völlig am Laufen war, währenddessen Kennedy damals seine Präsidentschaft ausgeübt hat. Es gibt keinen Politiker, Michael, der seine Reden selber schreibt. Deswegen habe ich ja immer schon gesagt, Politiker sind Schauspieler. Die lesen das vor oder sagen das, was ihnen im Mund gelegt wird. Ja. Das finde ich eben wichtig. Deswegen wollte ich diesen Artikel auch wirklich lesen oder zumindest ausdrucksweise lesen. Ich kann vielleicht mal aus dem Nähkästchen klaudern. Meine Mutter hatte eine ältere Kollegin. Meine Mutter war Schuhverkäuferin in Hamburg und hatte eine ältere Frau, Frau Engelhardt hieß die, glaube ich, die wir auch ab und zu mal besucht hatten. Und die hatte einen Sohn und der Sohn war damals in Bonn Redenschreiber für Menschen von der Regierung. Ich glaube, unter anderem damals auch für den Bundeskanzler. Redenschreiber. Ja, also wenn der Reden schreibt, dann sagt der Bundeskanzler doch nur das. Bundeskanzler, füll ein, wen du jetzt willst. Er sagt doch nur das, was ihm in den Mund gelegt wird. Die können gar nicht so eloquent reden. Ihnen wird das alles in den Mund gelegt. Ja. Und hier natürlich von einem Jesuiten. Der heißt übrigens John Courtney Murray. Darum spricht man hinaus. Nicht Murray, Murray. Ja, worum es mir wirklich geht, ist, wenn man das jetzt appliziert auf die Situation in 2022, wo Deutschland eine Außenministerin hat, die selbst beim Ablesen noch Schwierigkeiten hat, dann glaubt ihr doch wohl nicht im Ernst, dass die ihre Reden selber schreibt, oder? Ja, wobei der Inhalt der Reden lässt ja manchmal darauf vermuten, dass sie es wirklich selbst geschrieben hat, so Kindergartenreden oder so. Ja, aber trotzdem, das muss ja alles letzten Endes irgendwo genehmigt werden. Du kannst ja nicht jetzt einfach so frei schnauze irgendwo. Ja, wenn du frei schnauze sprichst, dann wirst du ganz schnell gejfk'd. Ja, oder halt, du müsstest halt dann so, Herbert Wehner hat man immer so benannt, hat man immer gedacht, er hätte so frei geredet. Ich glaube, dass da kaum einer irgendwie großartig frei redet. Aber das jetzt nochmal... Oder Franz Josef Strauß, um mal einen von früher zu nennen. Ja. Naja, ich wollte es mal benennen hier. Seht mal hier, das ist ein wirklich ganz langer Artikel. Wir können ihn hier komplett durchlesen. Aber ich finde es halt einfach wirklich sehr wichtig, dass man wirklich sieht, was den Kennedy da geleitet hat. Er hat seine Reden geschrieben und so weiter und so fort. Aber es muss ja einen Grund gehabt haben, warum man hier so einen Weg schaffen wollte. Kennedy glaubte an Gott, die Frage an welchen, und ging regelmäßig zur Messe, aber er fühlte sich mehr vom amerikanischen Ideal des unabhängigen, selbstgemachten Mannes angezogen, als vom katholischen Ideal des demütigen, gehorsamen Dieners, Diener Gottes. Ja, das ist ja auch nur ein Dogma. Das ist ja auch eben nicht die Wahrheit. Das Papstum entstand ja nicht durch die apostolische Nachfolge, sondern entstand ja letzten Endes aus einer Übernahme des Titels des römischen Kaisers, der dann halt plötzlich die römisch-katholische Kirche als Staatsreligion ausgewählt hat. Und das ist eben genau das, was die Amerikaner in ihrer Verfassung eben nicht wollten. Die wollten weder dem Papst gehörig sein, noch irgendwie Religion und Staat miteinander vermischen. Aber das ist ja genau der Hintergrund des Titels Pontifex Maximus, der ja schon bei Cäsar eigentlich dann schon eingeführt worden ist, oder spätestens bei Cäsar eingeführt worden ist. Und deswegen finde ich das einfach sehr, sehr interessant. Es gibt unheimlich viele Bücher, die sich da jetzt im Hintergrund darauf beziehen. Interessanterweise bezieht sich aber irgendwie keine einzige Kennedy-Dokumentation darüber, dass der Hintergrund seiner ganzen Misere während der Präsidentschaft dann auch unter Umständen religiöser ist. Also zumindest ich meine, ich habe das Empfinden hier, dass es immer in Europa völlig unter den Rost fällt. Aber jetzt habt ihr zumindest schon mal gehört, dass es da also jetzt eine Redenschreiber gibt und dass das alles noch jesu-idisch überprüft ist. Und zwar während dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Nochmal, zweites Vatikanisches Konzil von 1962 bis 1965. Also während der Präsidentschaft von John F. Kennedy und nach drüber hinaus. Hier wird ein Buch benannt, das heißt John F. Kennedy und der amerikanische Katholizismus von Lawrence H. Fuchs. John F. Kennedy und der amerikanische Katholizismus. Wie viele von unseren Zuschauern meinst du verstehen, was mit amerikanischem Katholizismus gemeint ist? Ja, stimmt. Das ist ein Punkt, den hätte man jetzt unterschlagen. Ja, also möchte ich da mal ganz kurz drauf eingehen. Ich mache das ganz kurz, weil ich bin da schon drauf eingegangen in der Lesung von Herrscher des Bösen in der Zeit damals. Sicher, wenn wir über die Carols gesprochen haben. John, Daniel und auf den dritten komme ich immer nicht im Namen. Amerikanischer Katholizismus. John Carol hat, und ich glaube, das steht sogar mehr oder weniger so in dem Buch The Ark and the Dove, Die Arche und die Taube, von J. Moss Ives darin, das Tom 2009, glaube ich, gelesen hat. Tom Fress von Inquisition Update. Und das könnt ihr euch auf meiner Webseite anhören, die Autos sind alle drauf. Der erste amerikanische Bischof, John Carol, der Gründer der Jungenschule in Georgetown, die dann später Georgetown-Universität wurde und so weiter und so weiter, hat dem Papst mitgeteilt, ob es mit einem Brief war oder Besuch oder ich weiß nicht, das könnt ihr ja selber nachforschen. Die amerikanisch-katholische Kirche ist eine andere als die römisch-katholische Kirche. Weil Carol und andere haben dem Papst ganz deutlich gemacht, dass sie in Amerika aufgrund dessen, weil sie zu einer Unterzahl sind, wir hatten ja nur knapp 1% der Bevölkerung, war katholisch, der Rest war protestantisch, dass sie vorsichtig sein müssen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen. Und dass der Papst sich aus Amerika raushalten muss. Das hat John Carol schon gesagt, bevor überhaupt dann im 19. Jahrhundert die Monroe-Doktrin kam, wo ein amerikanischer Präsident die europäischen Macht habe und eben hauptsächlich damit den Antichristen, den Papst gewarnt hat, sich in amerikanische Geschäfte einzumischen, was sie jetzt schon längst getan haben wollen. Sonst wäre die Nation ja gar nicht gegründet worden. Amerikanischer Katholizismus ist eben nicht römischer Katholizismus. Amerikanischer Katholizismus ist eine Art, Katholizismus ist einmalig in dieser Welt. Der ist nämlich liberal. Das Problem ist nur, dass der tridentinische Katholizismus, was der wahre Katholizismus ist, nach dem, nach den Dogmen des Konzils von Trient von 1545 bis 1563, die liberalen Katholiken nicht nur verdammt, sondern auch verfolgt und auszulöschen sucht. Und all diejenigen, die in Amerika sich katholisch nennen, also zumindest 99 Prozent davon, sind im Grunde liberale Katholiken. Und was sind liberale Katholiken? Das sind Katholiken, die von den protestantischen Errungenschaften der freien Rede, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Gewissensfreiheit, Gebrauch machen, die dafür einstehen. Das sind die Katholiken, die heute in Amerika eben auch mit demonstrieren, um diese Dinge nach vorne zu bringen. Diese liberalen Katholiken sind diejenigen, die auf der ersten Abschussliste stehen, wenn es zur Verfolgung Katholiken kommt. Ich habe da auch drüber gesprochen in der Lesung von Hinter den Diktatoren, wie ihr euch vielleicht erinnert, weil Adolf Hitler ja auch Katholiken verfolgt hat. Ja, welche Katholiken hat er denn verfolgt? Die Liberalen. Und es geht hier eben um den amerikanischen Katholizismus, der nicht der römische, der schon gar nicht der tridentinische Katholizismus ist. Und John F. Kennedy stand natürlich für den amerikanischen Katholizismus. Und wenn er den so durchdrückt, dann ist er ganz deutlich eine Politik am Machen, die natürlich im Endeffekt gegen die des römischen Katholizismus geht. Und der römische Katholizismus ist derjenige, der immer überwiegt. Also wir sollten ganz deutlich begreifen, wenn es hier in dem Buch John F. Kennedy und der amerikanische Katholizismus geht, um ein ganz bewusst ausgesuchte Wortwahl geht, amerikanischer Katholizismus zu beschreiben darin. Und ihr als Zuschauer müsst unbedingt wissen, was amerikanischer Katholizismus ist und was die Unterschiede sind zum römischen Katholizismus. Das ist eben die Liberalität. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, der Carroll hat damals dem Papst gesagt, Papst, halt dich hier raus, keine öffentlichen Messen, keine Verdammungen, keine solche Sachen mit uns. Wir müssen hier im Untergrund arbeiten, sonst werden wir niemals das erreichen, was wir erreichen wollen. Und das Buch, die Arche und die Taube ist ja auch in drei Stücke unterteilt. In das Bearbeiten des Ackers, also das Plowing nennt man das im Englischen, wie sagt man das denn im Deutschen, wenn man da durchgeht und den... Nein, nein, das ist ja das Einsen, das kommt danach, wenn man den so... Um Pflügen, genau, danke. Ja, das Pflügen, also das Vorbereiten der Erde, dann das Säen und danach die Ernte. Und heutzutage, hunderte Jahre danach, die Arche und die Daube, die Schiffe sind angekommen in Amerika, Michael hat da auch letztens, glaube ich, noch... Also hast du diese Sendung drüber gemacht, oder was? Ja, 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 hatten wir doch schon mal benannt hier. Ja, ja, haben wir doch schon benannt, ne? 22. Dezember, 1633... 22. Dezember, 1634. Ja. Und heute sind wir fast 400 Jahre danach und da kommen wir zur Ernte, zum dritten Teil, was die damals angefangen haben, den Acker vorzubreiten, zu pflügen und danach zu säen. Das wird heute geerntet. Guckt euch an, wie Amerika untergeht, aufgrund dessen, dass der Katholizismus dort die Überhand gewonnen hat. Ja, das, denke ich, war doch auch nochmal... Genau, die Acker, die Daube ist also damals ausgelaufen am 22. November 1633. 330 Jahre vor dem genauen Todestag von John F. Kennedy. Richtig, ja. Ich habe in der Zwischenzeit mal hier diesen Jesuitenpater da mal hier rausgeguckt und ich werde das jetzt mal eben hier in Deutsch übersetzen lassen. Das ist nämlich jetzt sehr interessant. In den 1950er Jahren förderte Murray seine Idee in katholischen Zeitschriften, wo sich von den führenden katholischen Denkern der Zeit heftig kritisiert wurden. Monsignor Fenton war der Prominenteste unter denen, die sich Murray widersetzten, da Murrays Linie dem Amerikanismus, der von Leo XIII. verurteilt worden war, viel näher stand. Murray hatte den Vorteil, mit Claire Booth, Luce, befreundet zu sein, der US-Botschafterin in Italien und der zweiten Frau von Henry Luce, den prominenten Zeitschriftenmagnaten. Ähm, den hatten wir doch schon mal bei Kennedy, hm? Time Magazine. Den hatten wir doch auch schon mal, ja. Murrays Ideen wurden von Luches Time Magazine vorgestellt, am prominentesten am 12. Dezember 1960, als Murray das Cover in einem Feature über US-Katholiken und den Staat zierte. Henry Luce war ein prominenter Republikaner und enger Freund von John Foster Dulles, der Vater von Avery Dulles, einem Jesuiten, der bekanntermaßen mit Murrays Theologie sympathisierte, und Adam Dulles. Die CIA versuchte in dieser Zeit, die Nachrichtenmedien zu nutzen, um die öffentliche Meinung während des Kalten Krieges zu beeinflussen. Murrays liberaler Ansatz zur Religionsfreiheit und die traditionell starke katholische Opposition gegen den Kommunismus waren nützlich im globalen Kampf gegen den Kommunismus, besonders in Lateinamerika und anderen katholischen Hochburgen. Jetzt kann man doch mal vorstellen, dass im Endeffekt der John F. Kennedy vor seiner Wahl doch voll auf Linie gewesen ist zu dem Jesuiten, dem Ann Murray, der ja dann letzten Endes dann auch den John F. Kennedy dann, ja, toll gefunden haben muss als Repräsentant eines amerikanischen Katholizismus, gell? Und guckt mal, mit wem der alles befreundet ist, ne? John Foster Dulles, Alan Dulles und schon wieder schließt sich der Kreis. Also es sind nur ganz wenige Menschen im inneren Zirkel und ihr und ich gehören nicht dazu. Gehen wir weiter. In diesem Buch jetzt hier, nicht der katholische Kandidat, noch seit 1985, steht eben Folgendes drin. Dass eben am Reformationssonntag, dem 30. Oktober 1960, eben genau diese ganzen Kampagne gelaufen sind gegen den Herrn Kennedy, die Anti-Deformations-Liga von B'nai B'rith, der amerikanische jüdische Kongress, die nationale Konferenz von Christen und Juden, das Board der National Council of Churches of Christ und so weiter und so fort. Und das ist sehr interessant. Acht Tage vor der Wahl, ne? Acht Tage vor der Wahl wird dann also noch etwas gemacht. Man kann damit vielleicht nicht mehr das Ergebnis drehen, aber man kann die Wahl letzten Endes dann dadurch beeinflussen. Und wer weiß, wer da alles dahinter steht. Nächstes Buch. Eine Frau namens Jackie. Auf Seite 405 wird benannt, dass die Ereignisse nach dem Attentat folgende gewesen wären. Der Präsident Lyndon B. Johnson. Meine Mission, meine Mission steht hier drin, meine Mission war, den Herrn Johnson zu finden. Und ich habe ihn schließlich dann auch gefunden in der Closet of the Bedroom, also dann neben dem Präsidenten Schlafraum und so weiter. Der war zu Tode erschrocken und hat noch geschrien, sie werden uns alle umbringen, sie werden uns alle umschießen, so werden uns alle umbringen und so weiter. Der ist völlig wahnsinnig geworden. Ich habe ihm eine geknallt. Sagt jetzt hier dieses Buch von der ehemaligen Präsidentengattin. Sehr interessant. Aber ich habe das nicht aus dieser Grunde jetzt hier gemacht. Ich glaube ja nicht, dass der Herr Lyndon B. Johnson da wirklich jetzt so Angst hatte um sein Leben. Du weißt ja auch nicht, ob das alles stimmt, was hier drin steht in dem Buch. Aber was anderes, was hier drin steht in dem Buch, habe ich gefunden. Und da habe ich gedacht, stopp, was steht da? Guckt euch das an. Auf Seite 234. Eine Frau namens Jackie steht folgendermaßen. So, hier auf Seite 234 seht ihr jetzt hier eine komplette Doppelseite, wo ich jetzt aber nur diesen kurzen Ausschnitt hier vorlese. Und zwar interessant. Die Anschuldigungen, dass John F. Kennedy eben zu jung war und zu katholisch und so weiter, werden jetzt hier entkräftet. Und zwar seine eigene Frau Jackie hat dann angeblich dem Kolonisten Arthur Croc erzählt. Er ist so ein armsinniger Katholik. Also es geht sich schon wieder um den Glauben von dem Herrn Kennedy, der anscheinend aus der Sicht von Jackie dann auch wieder nicht stark genug wäre. Wo wir jetzt schon wissen, sein Vater ist halt schrenger Katholik, seine Mutter ist Ultramontan und auch Gräfin ernannt. Und jetzt hockt auch seine Frau auf ihm rum. Ich wollte jetzt gerade schon despektierlich den Titel sagen, aber als seine Ehefrau oder seine First Lady da auf ihn rum. Und als der Lyndon B. Johnson dann überhaupt gegrummelt hat, dass er also keine Lust hätte, durch einen 43 Jahre alten Jungen dann irgendwie umhergestoßen zu werden, meinte er nämlich John F. Kennedy. Wenn man jetzt rechnet, dank meinem Freund und Bruder, dem Jörg, der mich da jetzt hier drauf hingewiesen hat, 1917 plus 1943 ist dann einfach 1960 oder 1961, je nachdem, wo das jetzt irgendwo da stattgefunden hat, das ist dann da quasi entweder vor oder aber auch während der Präsidentschaft von JFK. Also da kann man schon sehen, dass also da auch schon wieder die Ressentiments von Lyndon B. Johnson gegenüber Kennedy kommen. Aber interessanter fand ich noch viel eher diese Aussage hier von der ehemaligen Präsidentengattin gegenüber einem Kolumnisten Arthur Croc, der übrigens für Time Magazine arbeitet. Zu der Jahrzahl, Michael, 60, 61. 60 war die Wahl und 61 wurde er zum Präsidenten. Ja, ja, also das ist ja im Januar, ne? Ja, aber es war ja schon klar, 1960, dass der Johnson eben nicht zur Präsidentschaftswahl aufgestellt worden ist, sondern nur als Stellvertreter, um halt die Stimmen im Südstaaten dann für ihn zu gewinnen. Dann wird es 1960 sein, ne? 61 ist dann ja bereits die Einführung der Präsidenten. Genau, ich sag mal, Jekie Wooten, ne? Also das ist ja eine Konjunktiv, ne? Ich würde nicht, ja. Genau, ne? Ja, es heißt ja nicht, ich werde nicht, sondern ich würde nicht. Also in dem Falle übrigens, General Kennedy gewählt werden würde, also muss es ja eigentlich vor der Wahl sein. Genau. Ja. Also 60. Genau. Und es kommt noch raus, dass also dann beispielsweise Jack und Jackie, also die Präsidentengatten und so weiter, die damals noch nicht Präsidenten gewesen sind, sondern es waren 1955, wo der Kennedy halt noch Gouverneur von Massachusetts gewesen ist und so weiter, dann haben die eine Reise unternommen nach Europa und das war dann eben auch in Polen und hatten eine Audienz mit dem damaligen Papst. Also es gab schon Audienzen beim Papst der Familie Kennedy oder John F. Kennedy besser gesagt, die inoffiziell gewesen sind, die also privat gewesen sind. Was to be a working vacation, also eine Arbeitsurlaub, also meine Güte, meine Güte. In Rom wurden sie unterhalten von Claire Booth Luce, dem amerikanischen Botschafter in Italien. Hatten wir den nicht eben mit diesen Geschichten mit dem Herrn Murray? Die waren doch alle so toll befreundet, ne? Mhm. Kann man wieder sehen. Das ist eine kleine Welt, ne? Aber wie gesagt, auch dieser kleinen Welt gehören wir da irgendwie nicht dazu. Also interessant, egal wo man da reingeht und so. Hier wird übrigens auch noch gesagt, dass es eben an dem Koch die Sohn lege, dass der Kennedy so einen sexuellen Appetit hätte und auch so hohe Risiken gemacht hätte. Also hier Compulsive Risk Taking und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nur, dass ich heute auf Gesundheit, die EMA geguckt hätte, nach den Nebenwirkungen von Cortison. Und da steht Gewichtszunahme und Wassereinlage und Gewebe. Das ist nach wie vor meine Hypothese, dass der Kennedy große Dosen von Cortison bekommen hat. Damals zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo diese Bilder aufgenommen worden sind. Aber gut, er hat wahrscheinlich auch alles gemacht, um die Schmerzen irgendwie loszuwerden. Und er hat ja dann auch angeblich dann auch Sportprogramme gemacht. Und ja, war er angeblich laut seiner eigenen Ärztin damals in einem besseren Gesundheitszustand als jemals zuvor. Das hat ihm dann allerdings am 22. November auch nichts mehr genützt. Geht weiter. Die Frau Jacqueline hat den Vatikan noch mal für eine private Audienz mit dem Papst Johannes den 23. und so weiter dann halt auch da besucht. Also wir können davon ausgehen, dass die Frau Jacqueline Kennedy, die ja ungern Jackie genannt wird, Jacqueline Kennedy, die auch viel lieber gerne französisch unterwegs ist als in amerikanisch, dann können wir davon ausgehen, dass die auch den Papst unheimlich gut gefunden hat. Also von daher war sie dann mit ihrem Glauben, zumindest in der Kennedy-Familie gut aufgewogen, anscheinend besser als John F. Interessant. Wie gesagt, wenn du da jetzt reingehst, das ist unglaublich interessant. Aber wie gesagt, wir haben ja nie Zeit. Eigentlich wissen wir ja auch schon, dass Kennedy der schlechte Katholik gewesen ist und der Lyndon B. Johnson der bessere. Interessanterweise steht jetzt hier ein Gedicht drin von der Jacqueline Kennedy. Und da habe ich gedacht, das ist interessant, die schreibt Gedichte? Mensch, toll. Also die Jacqueline hat laut einer Webseite ein Gedicht geschrieben für ihren neuen Ehemann, also John, also Jack, also John F. Kennedy. John F. Kennedy, bevor man jetzt nicht mehr weiß, wer wer ist. Er würde Liebe finden, aber er würde niemals Frieden finden, denn er muss also weitersuchen nach dem goldenen Fleece. Aus dem genau diesem Buch, eine Frau namens Jackie, aus Seite 134. Äh, goldenes Fleece? Moment mal, da war doch was. Da steht es drin. He would find love, he would never find peace, for he must go seeking the golden fleece. Das ist toll, dass sich das auch reimt, aber was meint denn die Frau damit? The golden fleece. Hat das irgendetwas mit Katholizismus zu tun? Und wenn ja, was? Ähm, es wird hier gesagt, dass sie das eben komponiert hat oder komposiert hat, eben eine Imitation, eine Annäherung an Steven Vincent Binney. Das ist wiederum ein amerikanischer Dichter, ein Kurzgeschichten-Erzähler und so weiter. Und der wird also unglaublich gut benannt in beispielsweise der Kurzgeschichte der Teufel und Daniel Webster. In dem Buch geht es über jemanden, der ein Bauer ist und der eben seine Seele dem Teufel verkauft. Da habe ich mir auch gedacht, was hat der Mensch hier wohl für eine Inspiration gehabt, ne? Sehr interessant. Aber das ist nur die Fußnote hier. Mir geht es ja hier um dieses komische Anekdötchen hier mit dem Gedicht mit dem goldenen Fleece. Das Zitat geht jetzt weiter und wird jetzt hier benutzt von den Autoren dieser Seite und wird jetzt eben gemutmaßt, dass Jackie vielleicht gemeint hat, dass eben die Leiter hochklettern würde zu dem goldenen Fleece. Zum Beispiel zu der Jason Society und MJ-12. Da habe ich gesagt, nein, nicht schon wieder MJ-12, das ist diese alte Geschichte von ihm. Ja, ihm, der immer falsch zitiert wird teilweise, wo Leute noch nicht mal seinen Namen richtig schreiben können. William Kupfer, da habe ich heute gedacht, ey, da legst du dich doch nieder, ne? Der Mann heißt Cooper, nicht Copper. Also wenn man schon fälscht, dann bitte richtig. Also, unglaublich, ne? Hier in der Beholde Pale Horse schreibt nämlich genau der Herr Cooper über die Majestät. Das Buch heißt ja auch Beholde a Pale Horse, nicht the Pale Horse. Ja, ja. Das muss ja ein April-Buch sein. Ja, ja, genau, das ist wahrscheinlich das Buch zum 1. April, ne? Was man alles findet im Internet, ne? Das ist schon sehr, sehr interessant. Also auf jeden Fall in Beholde a Pale Horse, da hat jemand gut aufgepasst, da benutzt eben der Herr von und zu William Cooper eben genau dieselben Geschichten mit Majestic 12, eine geheime Organisation, die eben die ganze Welt beherrschen würde und die eigentlichen Geheimen unter den Kulissen wären. Diese Majestic 12 sind nichts anderes als ein Tarnname für, wenn man so will, unheilige Apostel. Warum wohl 12 an der Zahl? Im Endeffekt sind das nie die Menschen, die jetzt hier ihre Nase in die Kamera halten. Die wirklichen Menschen, die in die Kamera halten, sind keine Sekretäre, Generäle oder irgendwelche sonstigen Ministranten, sondern sind da die Leute, die ja wirklich Leute aufeinander hetzen und dann halt hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Also alles kirchliche Würdenträger, wenn man davon würde, sprechen kann. Also, was hat es mit dem goldenen Vlies auf sich, die Jackie Kennedy meint? Ein goldenes Vlies kommt vor in den Argonauten, Jasons Argonauten und die Suche nach dem goldenen Vlies. Ein, wie kann es anders sein, ein altgriechischer mythologischer Held, ne? Lange nicht mehr gehabt, nach dem goldenen Vlies, ach, der mit der Zauberin, mit der er verheiratet war. Ui, jetzt sind wir schon bei der Magie. Der U-Enkel des Götterboten Hermes, jai, der geht jetzt richtig zur Sache hier. Also Merkur im Römischen, durch die Seite seiner Mutter und so weiter. Die klassische Welt Griechenlands und Rom und so weiter und so fort. Ganz stand schlimm. In dem Film Jason und die Argonauten von welchem Jahr? Na, 1963. 1963, ich finde das immer so schön, wenn also gewisse Dinge dann immer wieder aufploppen hier. 1963, Jason und die Argonauten. Da habt ihr mal ein ganz, ganz, ganz interessantes Video. Vielleicht spiele ich auch den ganz lustigen Trailer davon ein. Ein Film, der mit einer Stop-Motion-Technik von, glaube ich, Ray Herrhausen oder sowas, dann halt ausgezeichnet wurde und wo es total lustig anzugucken ist. Wenn also hier jemand gegen irgendwelche Sklette kämpft, dann habe ich mir gedacht, Moment mal, ohne jetzt die Bibel zu verunglimpfen zu wollen, aber kann das sein, dass das auch wieder eine gewisse Anleihe hat? Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr Stand halten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrschung der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheiten in den himmlischen Regionen. Jetzt hast du hier leider nur nicht meine Übersetzung genommen, sondern die Schlachter. Ja, das ist mir heute noch ganz kurz eingefallen. Ich denke, Moment mal, halt, stopp mal. Der Sklette hat ja weder Fleisch noch Blut. Und dann ist ja in diesem Film, die Sklette sind ja eigentlich Geistwesen. Also selbst in diesen Filmen, die irgendwie als Unterhaltung uns geboten werden und so weiter, selbst da versuchen sie uns zu veräppeln. So sehe ich das zumindest. Sie versuchen uns zu veräppeln. Dieses Ding kam 1963 raus und kann eigentlich jetzt nur die filmische Verstofflichung des Romans gewesen sein, den halt die Frau Kennedy gemeint hat. Jason und die Argonauten, dass eben das wunderbewirkende goldene Fleece, dieses gilt es dann zu haben, um eben dann letzten Endes dann zaubern zu können. Also deswegen ist dann die Frau Kennedy irgendwie von griechischer Mythologie angezogen. Warum auch immer. Und das ist dann getrieben oder vertrieben von der Columbia. 19. Juni 1963, da hat der Kennedy übrigens noch gelebt. So ungefähr noch fünf Monate. Aber gut. Interessant. Und in diesem Film geht es darum, um meinen Thron zu besteigen, was du sollst, musst du dich auf die Suche nach dem goldenen Fleece begeben. Also jetzt haben wir dann schon irgendwie die Geschichte, dann torts, torts mit der Hierarchie, mit der Treppe, die eventuell die Frau Kennedy meinte. Um den Thron zu besteigen, was du sollst, das ist ja auch genau, was er soll von seinem Vater aus. Der Joe Kennedy hat ja gesagt, jetzt ist mein Ältester so gestorben, der ist im Krieg gefallen, was sich ja immer so toll anhört. So heroisch irgendwo. Ja, aber jetzt ist deine Aufgabe, ja, den Thron zu besteigen. Ja, und deswegen musst du dich auf die Suche nach dem goldenen Fleece begeben. Also nach dem Motto, du musst dich auf die Suche nach allem begeben, was dir dazu verhilft, den Thron zu besteigen. Und der Thron in Amerika mangels eines Königs oder Kaisers kann ja nur der Präsident sein. Und das hat seine Frau in einem Gedicht quasi so umschrieben. Du bist dafür gebaut, die Erwartungen deiner Eltern und der Gesellschaft an dich zu erfüllen, um der Suche nach dem goldenen Fleece. Also er würde Liebe finden, aber er wird niemals seinen Frieden finden. Also wie kann ich denn Liebe finden, wenn ich meinen Frieden nicht finde? Denn er muss also weiter suchen und immer suchen nach dem goldenen Fleece. Und wenn man sich das jetzt mal dann in Relation setzt zu dem, was über den Film ausgeht oder über dieses Pamphlet ja gemacht wird, dass er eben einen Thron besteigen soll, was er soll, was er seine Aufgabe ist in der Hierarchie der Dynastie von Kennedy. Deswegen muss er halt letzten Endes auch mit Zauberei und mit irgendwelchen Dingen, er muss sich also mit allem beschäftigen, was ihn irgendwie dann zu dieser Position bringt. Und wenn man überlegt, dass er auch damals ja dann die Unterstützung seines Vaters und auch dann der Mafia gehabt hat, um an die Macht zu kommen, war eben alles gut genug sozusagen, um halt an die Macht zu kommen. Denn das war ja sein Auftrag innerhalb der Kennedy-Dynastie, eben den Thron zu besteigen. Da wir in Amerika ja keine Könige haben und Kaiser haben und sonstige alligen Geschichten haben, haben wir eben dann nur als höchstes Amt die Präsidentschaft. Interessant, dass sie eben genau das dann hier halt sie beschreibt. Die beste Biografie, die ich dieses Jahr gelesen habe, sagt Jonathan Jardley von der Washington Post. Die beste Biografie heißt »Eine Frage des Charakters«, »Ein Leben« von John F. Kennedy. Interessantes Buch. Hier wird darüber geschrieben, JFG hätte nur 119 IQ. Das ist jetzt nicht nur, das ist eigentlich schon ganz, ganz besser als Durchschnitt. War ganz schlecht in der Schule und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Interessante. Das Interessante ist, dass dieses Buch gewisse Hintergründe aufzeigt. Beispielsweise behauptet dieses Buch, die Fitzgeralds wären ein mächtiger italienischer Clan, der eben dann auch William den Oberrat dann eben als Herrscher von England eingesetzt hätten und so weiter. Aber das kann ich nicht beweisen und deswegen kann ich da jetzt auch nicht großartig reingehen. Das Interessante kommt genau jetzt. In diesem Buch auf Seite Nummer 40 »A Question of Character« in Form Common »Getting into Shape« kommt jetzt folgendes hier raus. Also John F. Kennedy »Jack, perhaps more than the others, resented his mother's indifference«. Also Jack hat vielleicht mehr als alle anderen die Gleichgültigkeit seiner Mutter gestört. Er hat sie zurückgewiesen. »He was later to tell a friend, my mother is a nothing.« Das ist ein Satz. Das ist niemand. Ja. Oder ist nichts. Meine Mutter ist ein Nichts. Das kann man aber vorstellen, sein Vater prügelt ihn auf die Position und er sagt immer seine Mutter, meine Mutter ist ein Nichts. Er beschrieb in seiner ersten autorisierten Biografie von James McGregor Burns, hat der Rose, also seine Mutter, geschrieben als eine totale Model Mother for Big Family. Das ist ja genau dieses Buch, wo wir damals gesagt haben, Familienbandel, was so völlig künstlich aussieht. Also eine Vorzeigemutter. Eine Beispielmutter. Ja, eine Beispielmutter für eine große Familie. Sie war immer dann ganz leise und fromm und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die war den ganzen Tag mit ihrem Glauben beschäftigt. Und ja, sie war mit allen möglichen Sachen viel zu beschäftigt und so weiter. Aber sie hat eben dann ihren Sohn, ne? Too busy with Rosemary to pay sufficient attention to Jack. Also, ne? Sie hatte keine Zeit. Sie musste sich um alles Mögliche kümmern. Und im Endeffekt hat sie denn, deswegen hat sie ja auch später gesagt, von wegen jetzt hier, dass sie ihr tollstes Erlebnis gewesen ist, die Mutter des Präsidenten zu sein. Es geht in dieser Familie um Karriere. Es geht nicht um Liebe. Es geht um Karriere. Sonst gar nichts. Strict Disziplin. Disziplin. In vielen Büchern kommt raus, dass sein Vater reingestürmt ist, wenn der John Kennedy mit Kindern gespielt hätte und hätte ihm dann Standpredig gehalten oder Schlimmeres. Ja, solche ganzen Geschichten. Und seine Mutter war halt einfach nur an dem Glauben interessiert. Und auch dann, sie hat ja selber gesagt im Interview, dass sie, die Söhne sollten perfekt werden und dann auch ihrem Land dienen. Das hat alles nichts mit einer tollen Mutter-Kind-Beziehung irgendwo zu tun. Und ich glaube, das ist auch der Faktor, der bei nicht nur ihm, sondern bei den meisten Politikern und Menschen im öffentlichen Ämtern ist. Die sind in öffentlichen Ämtern, um da ihre Anerkennung und Bestätigung zu finden. Ich weiß, das ist Küchenpsychologie, ihre Anerkennung und Bestätigung zu finden, die sie in ihrem Privatleben oder ihrem Elternhaus nie bekommen haben. Das Bad in der Menge suche ich dann, wenn ich das zu Hause nicht habe. Ansonsten sage ich doch, Mensch, ich habe zu Hause alles, was soll ich mich da draußen mit den Menschen da umschlagen, die dann teilweise mir ans Leder wollen. Aber unter Umständen war das eine Kompensation dafür, dass er eben so ein strenges Elternhaus hatte. Und unter Umständen war es dann auch eine Kompensation dafür, dass seine Eltern beide ultramontan waren und dem Papst so nah standen. Sie war päpstliche Gräfin. Und in dem Moment, wo er dann halt zum Präsident gewählt wird, sagt er so, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich mache mich jetzt auch von meinen Eltern unabhängig. Und wer weiß, und das ist jetzt wieder eine Spekulation, ich hasse das ja zu spekulieren, aber wer weiß, ob jetzt nicht dann auf der Schlaganfall seines Vaters darauf zurückzuführen ist, dass er dann mit dem John F. Kennedy und eventuell auch mit dem jüngeren Bruder Robert F. Kennedy so vehemente Diskussionen hatte, dass er letzten Endes dann auch permanent da große Auseinandersetzungen zu Hause gewesen ist, weil der John F. Kennedy unter Umständen dann gesagt hat, Papa, ich bin erwachsen genug, ich bin über 43 Jahre alt, ich bin amerikanischer Präsident, danke für alles, aber ich mache mein eigenes Ding und ich bin der amerikanischen Bevölkerung mehr verpflichtet als dem Papst. Und da kannst du dir ja vorstellen, was in dieser Familie dann passiert mit Mutter und Vater, die dann dem Papst mehr oder weniger hörig sind, was dann passiert, wenn der Junge dann halt plötzlich versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Was er dann im Wahlkampf verspricht, das ist ja noch die eine Sache, aber dass er das auch noch so durchzieht in der Präsidentschaft, das ist ja noch auf eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen wollte ich unbedingt in diese Geschichte mit seiner Mutter reingehen, weil wie gesagt, sie erzählt dann für uns weiter, ja, die Mutter des Präsidenten zu sein, und wenn du aber in einer Bibliografie liest über den John F. Kennedy, wenn die stimmt, das weiß man ja alles nicht, muss man alles glauben hier, dann sieht die ganze Geschichte ganz anders aus, dann wollte er sich unabhängig machen von seinen Eltern. Und auch letzten Endes vom Papst. Ja, er hat ja gesagt hier, ich nehme keine Befehle von irgendeinem Papst, einem Kardinal, einem Bischof oder irgendeinem Priestern und so weiter, nicht, dass sie mir irgendwelche Befehle geben würden und so weiter, aber er steht sicher auf den Standpunkt einer liberalen amerikanischen katholischen Kirche, so wie der Jörg das ja vorhin da beschrieben hat. Er war ja, wenn man so will, ein liberaler Katholik, aber das funktioniert ja nicht, weil der Papst ja selber ultramontalen Anspruch hat, der Papst hat ja selber beim ersten Vatikanischen Konzil 1870 schon sich als unfehlbar dargestellt. Also wie kann denn dann ein amerikanischer Präsident, ein fehlbarer Mensch, dann plötzlich sagen, er nimmt keine Befehle eines unfehlbaren religiösen Oberhaupts an, wenn der Präsident sich auch noch katholisch schimpft. Also ist schon eine Geschichte, ist schon eine Geschichte mit dem John F. Kennedy. Wenn man da wirklich in seine Familie reingeht, also dann sieht die ganze Geschichte ganz, ganz, ganz fies aus. Es gibt viele Verweise von vielen Büchern, die ich auch mal durchgeblättert habe, wo ich auch so auch verschiedene Dinge gar nicht finde, interessanterweise. Aber ja, es sind viele Dinge, die ich halt einfach jetzt mal benennen wollte, bevor wir jetzt endlich mal zu den interessanten Sachen kommen. Daniel John F. Kennedy wird ja auf den Podest gestellt und die meisten Menschen, glaube ich, wissen gar nicht, warum er auf dieses Podest gestellt wird. Im Endeffekt ist er eine Repräsentationsfigur gewesen für den amerikanischen Katholizismus. Nur ist der leider nicht kompatibel mit dem Päpstlichen. Und da zu seiner Regentschaft das zweite Vatikanische Konzil schon gelaufen ist, kann man sich ja vorstellen, wie gut der Herr Kennedy, in Anführungsstrichen, im Vatikan gelitten war. Und das haben wir ja auch schon herausgestellt, dass er das eben nicht war. Ich meine, dass man ihn jetzt hier auf den Podest stellt und anbeten soll als Idol, ist natürlich dann immer halt die ganze Geschichte. Aber im Endeffekt war er liberal und gemäßigt. Was man ja von Lindenby Johnson, wenn man sich dieses Bild anguckt, beispielsweise eine schöne Momentaufnahme, eben genau nicht behaupten könnte. Der war ja einfach ein cholerischer Wolf im Schafspelz. Jetzt drücken wir es mal so aus. Also er war ja eigentlich angeblich Protestant, aber wir wissen ja, was er eigentlich ist. Ja, ist ja alles andere außer Protestant gewesen. Und aufgrund dessen gibt es eine interessante Geschichte von Abel Cohen, in die ich jetzt heute nicht mehr reingehen kann. Die heißt Dunkle Politik. Und dieses Foto ist ein sehr interessantes Foto, wo ich bis heute nicht glaube, dass der Fotograf unbekannt ist. Hier steht ein ungenannter weißer Hausfotografer, hat eben gesagt, dass er dieses Foto geschossen hat zwischen Robert Kennedy und LBJ. dem ersten Aufeinandertreffen und so weiter, nachdem der Johnson eben aus Dallas zurückgekommen ist nach Washington, nämlich dann als amtierender Präsident. Und Bobby hat ihm dann, hat ihm dann mit der Faust angeblich gegen diese Säule hier gehauen und hat ihm dann Folgendes gesagt. Why did you had my brother killed? Warum hast du meinen Bruder töten lassen? Ich kann es nicht beweisen, das Geistert überall rum. Aber interessant ist letzten Endes, dass aus einer ganz anderen Geschichte, und die Geschichte, die muss ich jetzt nochmal eben von der letzten Folge wiederholen, wo nämlich dann hier unser Pastor Schneider hier gefragt worden ist, was nämlich dann eben noch so als interessante Anekdötchen wäre, hat er gesagt, naja gut, also bitte nicht veröffentlichen. Aber ein paar Wochen bevor Robert Kennedy ermordet worden ist, hat Lyndon B. Johnson mir erzählt, Bobby macht uns eine ganze Menge Ärger in der Partei. Und wenn man das jetzt mal miteinander dann vergleicht, dann macht er diesen Ärger natürlich erst recht, nachdem sein Bruder umgekommen ist. Und aufgrund dessen weiß er natürlich auch, dass die da etwas mit zu tun haben, der Lyndon B. Johnson. Und das ist Robert Kennedy bei der Beerdigung, das ist Jacqueline, das sind die Kinder. Und der Robert Kennedy hat gesagt, Mensch, also ich glaube, dass der Hoover und so weiter mir das 15 Minuten nach dem Anschlag dann erzählt hätte mit Gefallen, also mit Leidenschaft, also mit Genugtuung. Und es gibt Besucher bei Robert Kennedy, die eben gesagt hätten, dass Robert Kennedy dann eben eine Johnson-Voodoo-Puppe gegeben hätte. Gut, ich weiß nicht, welchen Glauben der Robert Kennedy gehabt hat. Und angeblich wollte eben dann auch der LBG da gewisse Positionen bei dem Anschlag dann halt auch verändert haben in Dallas. Und anschließend können wir vielleicht diese Geschichte jetzt hier, dass es wirklich interessant ist, dass zumindest diese Webseite behauptet, was ich nicht weiß. Und deswegen machen wir auch demnächst kaum noch irgendwelche Webseiten, die irgendwas behaupten, sondern unsere eigenen Untersuchungen. Drei Tage vor dem Tod von Robert Kennedy, wo er schon letzten Endes auf der Zielgeraden in den Präsidentschaftswahlkampf war, hat er wohl bestimmten Freuden erzählt, dass er gerne wieder die Untersuchung über den älteren Bruder und seine brutales Abschlachten in der Öffentlichkeit eröffnen worden ist. Und deswegen vermuten viele Menschen, dass eben ein Geheimteam oder ein Geheimdienst ihn dann ermordet hat. Und wie gesagt, ich sage hierzu Quelle, ich kann nichts beweisen. Für mich war es in der Sendung wirklich wichtig, dass man, für mich war es in der Sendung wirklich wichtig, dass ich da wirklich mal sehe, dass auch von Mutters Seite her einfach dann Kennedy so unter Druck gesetzt worden ist und seine Mutter eigentlich bei ihm relativ schlecht weggekommen ist. Und wie gesagt, der Weg zu seinem Golden Fleece führt auch beispielsweise über John Rosselli, der hier mit ihm am Swimmingpool sitzt und der letzten Endes stand später einer der Hauptverdächtigen gewesen ist in der Verblicktung des Mafias zu dem Anschlag. Also hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Also es geht einfach dann nur dazu, die Familie Kennedy hat alles dazu gemacht und alles dazu aufgestellt, damit ihr Sohn Präsident wurde. Und dann ist der Präsident und dann erfüllt er dann plötzlich die Erwartungen der Familie Kennedy nicht mehr. Also ich glaube, dass der Herr Kennedy ein sehr einsamer Mensch gewesen ist 1963. Ich glaube halt, dass der John F. Kennedy halt in den letzten Jahren seines Lebens sehr einsam gewesen ist und vielleicht deswegen auch Liebe gesucht hat, weil er die vermutlich in seinem Elternhaus weder Liebe noch unterstützen bekommen hat, als er dann Präsident war, denn er hat sich an seinen Eid dann halt mehr gehalten oder halten wollen als dann unbedingt sein Nachfolger, der halt letzten Endes dann viel mehr Dinge für die römisch-katholische Kirche dann gemacht hat. Und der dann auch gewisse Dinge dann wieder rückgängig gemacht hat, beispielsweise den Rückzug der amerikanischen Truppen aus Vietnam, der eigentlich unter John F. Kennedy schon beschlossen war in dem National Memorandum 263 am 11. Oktober 1963. Der wurde dann wieder rückgängig gemacht. Natürlich von wem? Natürlich von Lyndon B. Johnson. Ja, aber das wäre wie gesagt dann auch sehr schwer zu verknuseln gewesen durch die ganze Industrie, denn es gab ja ganz viel Geld zu gewinnen bei einem Krieg. Es geht ja eigentlich nur um Geld und Macht und natürlich auch um Menschen töten. Und deswegen haben wir ganz viele Menschen, die halt da viel Geld zu verlieren hatten, den John F. Kennedy dann gehasst, in Anführungsstrichen. Weil die natürlich dann an dem Krieg Geld verdient haben. Ob jetzt hier Boeing ist oder Bay-Helikopter, DuPont und so weiter und so fort, die haben ja all den Kennedy gehasst. Das ging sich hier um Geld. 300 Millionen, 600 Millionen, das sind Milliarden nach heutigem Geld. Und hier habt ihr beispielsweise ein interessantes Bild, wo das stimmt. Das sind eben hier Kanister von übrig gebliebenen Agent Orange. Kampfstoffen, Giftstoffen, die dann einfach über die Menschen und alles gesprüht worden ist. Nach dem Motto, doch hier entlausen wir die Menschen da mal so ein bisschen. Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder so ein Wort, was ich eventuell nicht hätte benutzen dürfen. Aber es ist halt einfach so, wie es ist. Also wenn diese Bilder stimmen, dann wird also hier ganz viel Geld verdient. Ein Memorandum 273, vier Tage nach dem Anschlag, dass eben dann alles wieder so bleibt, wie es ist. Und dann alles dann wieder weitergemacht wird. Und aufgrund der Geschichten werden dann eben nicht die Leute dann zurückgezogen, sondern die Leute werden dann richtig hier scharf gemacht. Und dann wird dann eben dann, anstatt 2000 Beobachter und so weiter in dem Land, werden dann eben eine halbe Million da reingeschickt, die dann im wahrsten Sinne des Wortes verheizt worden sind im Vietnamkrieg. Ein Trauma, worunter die Amerikaner bis heute zu leiden haben. Was letzten Endes unter dem John F. Kennedy vermutlich zumindest nicht in diesem Ausmaß passiert worden ist. Aber wir wissen eben nicht, was passiert wäre, wenn er in dem Amt geblieben wäre. Es ist aber zu vermuten gewesen, dass wenn sie es in Dallas nicht geschafft hatten, dass sie aber letzten Endes dann irgendwo anders dann hätten nochmal versucht. Aber es hatte wohl alles seine Gründe, warum eben alles seine Zeit hat. So, ich suche nach. Denn es gibt keine Zufälle, wenn alles seine Zeit hat. Damit kann man es dann auch beschließen. Die Dallas Morning News hat am 22. November 1963 am Anschlagstag eine Anzeige veröffentlicht, die heißt, Welcome Mr. Kennedy nach Dallas. Und hat ihn hier letzten Endes jetzt hier beschuldigt, ein Verräter zu sein und so weiter und so fort. Why, 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 warum, 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 warum und warum und so weiter und so fort. Also letzten Endes gibt es hier ein Faktfindungskomitee. Kommt uns das heutzutage bekannt vor. Und kommt uns das bekannt vor, dass es dann ausgerechnet am 22. November 1963 dann auch veröffentlicht wurde. Nicht, dass der das noch gelesen hätte, aber interessant. Das ist also genau immer alles an diesem Tag passiert. Alles, was irgendwo mit diesem Tag zu tun hat, 22. November 1963. Das konnte der Herr Auswald alles nicht wissen, dass ganze Menge Menschen gegen den Kennedy aufgebiegelt worden sind. Sogar noch am Tag der Ermordung. Denn was ist das anderes hier als Propaganda, bitteschön. Und Propaganda gegen den Herrn Kennedy. Und damit bin ich jetzt hundemüht und gebe ab. Und ich entschuldige mich für alle möglichen Verhaspler. Und ich hoffe, dass es sehr interessant war, zumindest, dass man wirklich sieht, dass dem Herr Kennedy letzten Endes so eine starke Last auf die Schulter gelegt worden ist, dass der gesagt hat, nee, ich schneide mir einfach den Tonnister ab, den mir jetzt hier von dem Papst und von meinem Papa und von meiner Mama und so weiter aufgemacht worden ist. Ich nehme mir meinen eigenen Rucksack her und stiefel einfach mal los. Und dann haben eine ganze Menge Menschen da am Wegesrande gelauert, haben gesagt, nee, also so nicht. Da steht viel zu viel Geld und Macht auf dem Spiel. Und wir wollen letzten Endes nicht hier Geld verlieren und unsere Macht verlieren. Und vor allen Dingen gibt es eine Organisation, die die Macht nicht verlieren wollte, die schon seit Hunderten von Jahren daran arbeitet, die Macht in den Vereinigten Staaten zu übernehmen. Und da sind wir genau bei einem, nämlich dem Jörg, der jetzt noch den Abschluss machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Vielen Dank auch, dass ihr in der nächsten Folge dabei seid, wenn es sich dann weiterhin um die Frage geht, der Fragen, wie es dann weitergeht. Und das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Und ich weiß auch schon, wie die nächste Folge heißt. Die nächste Folge heißt fast genauso wie diese und schließt fast daran an. Aber dann wird es ungleich spannender, denn dann kommt die Frage, hätte dieser Anschlag verhindert werden können? Vielen Dank fürs Dranbleiben und Maranatha. Und ich gebe ab an den Jörg. Am Anfang hieß es ja, alles hat seine Zeit. Auch schlafen gehen hat seine Zeit. Und das werden mich ja noch nicht jetzt machen und dann ausgeruht und frisch zur nächsten Sendung für euch da sein. Maranatha. Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And they say, who seeth us and who knoweth us So many think God does not see their sin Woe to those who think they can hide from him God is grieving, he knows and who knoweth us God is grieving, he knows and he's seen Amen. Amen. Amen.